Ich habe noch nie eine Klasse wiederholen müssen. Direkt die erste. Die erste ist doch die einfachste. Ja, aber ich war zu wild. Da kenne ich keinen, der es geschafft hat, die erste Klasse wiederholen zu müssen. Na doch, mich. Ich habe noch nie etwas im Internet bestellt, weil ich mich nicht getraut habe, es im Laden zu kaufen. Ich gehe gerade meine ganze Sextoysammlung durch. Wo habe ich die denn her? Was gibt es denn schon Peinliches? Finde ich auch. Kondome? Das ist nicht peinlich. Ja, Kondome finde ich schon peinlich, wenn man die im Supermarkt kauft. Echt? Ich verstecke die immer so unter dem Obst. Ich hätte nicht gedacht, dass dir irgendwas peinlich ist, Kondome zu kaufen. Ich meine, du läufst überall nackt rum. Ja, genau. Aber so ganz öffentlich und dann ist dir peinlich, Kondome zu kaufen. Ja, na irgendwas muss ja auch mal peinlich sein im Leben. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass du sitzen geblieben bist und so ein komisches Kind warst. Aber sitzen bleiben in der ersten Klasse, scheiße.